moin moin youtube was geht ab herzlich willkommen zurück zu ls22 frontiers jungs und mädels so mit dabei sind heute bei mir der janik und auch der tober wieder so ich muss mal ganz schnell hier kühe kaufen zack rinnenstall damit denn wir haben ja nacht und da ist vorlauf attacke und wir walzen noch das feld zu ende so und ding war das ihr wart jetzt noch mit der wald ist noch nicht zu ende geworden okay 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 wir sind gerade lose ich habe so eine schnupfennase als schnupfennäße alles raus was keine miete zahl ich sag's euch ja jungs und mädels noch mal an alle die die nicht wissen was das für ein projekt ist schaut es einfach von anfang an dann wisst ihr es und wenn ihr wissen wollt wer hier noch dabei ist unten in der video beschreibung findet ihr alle da ist der mcmanus dabei der freezy mit dabei und auch der milo place ist mit dabei schaut bei denen unbedingt mal vorbei könnt mir gerne kommentare da lassen was bei denen so gerade abläuft ob sie sich gegen mich verschwören oder nicht tipps sind erlaubt also immer raus damit ist ja nichts verboten ist ich glaube wir haben nur fünf server regeln oder sonne also fünf regeln für die challenge mehr haben wir auch gar nicht auf jeden fall nicht viele regeln sind es auf jeden fall nicht entweder eine obstfliege oder eine taubenfeder in der nase nee das ist gerade habe gerade über meinen fußbohnen geschnüffelt und ich habe ja so eine kleine hausstopp allergie könnte da anliegen nein spaß warum schnüffelst du an dein fußkorn machst du das einfach nicht äh nein ich habe gehört das muss man machen um zu gucken wie sauber der ist dafür nehme ich einen wischbop und guck mal aus wasserwein ähm 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 also durchsichtig bleiben wie die spaß wird nein das hat einfach nur kurz in der nase gegrillt also gut dann höre auch schon wieder vorbei was ist denn mit dem trecker los warum zieht denn der diese murmel hier auf einmal nicht mehr haben wir die handbremse angezogen die haben wir nicht hat er ja gar keine so jetzt aber zügig hier machst du jetzt etwa laubbäume? wolltest du erst die anderen rausholen? ja laubbäume haben wir gedacht die ziehen wir einfach bis zum trecker kann sie knicken wir können da oben nicht schneiden weil das nicht unser gelände ist aber du kannst sie so ein stück verkaufen ja dann gibt es aber nur 45 statt 1000 ja verdammt nochmal schmeiß doch die äste hin und lass sie liegen dann sollst du dem wegs wieder baumstelle weg machen ja richtig zumindest ist jetzt bei denen dann gucken wir erstmal dass wir noch ein bisschen was gutes rauskriegen und wir haben auch schon festgestellt dass wenn du die äste die du abschneidest auch noch entastest dass die dann auch noch zusätzlich mehr geld bringen äh ganz ganz wilde Nummer hier mit den blauen Bäumen so es ist gewalzt das Feld ist was haben wir denn da überhaupt angepflanzt noch gar nichts ne ne hä warte mal warum hab ich gewalzt ich hab doch da was angepflanzt das letzte mal ah krass ich hab nichts gesagt Katastrophe Mahlzeit was Mahlzeit wie Mahlzeit ja dass du da jetzt das merkst oh ja mein Gott passiert was soll ich sagen weißt du ja nicht wärs nicht jünger ne ne das sowieso nicht so jetzt muss ich mal kurz gucken was haben wir denn hier noch für Traktoren unser Drescher steht da oben das ist unser Traktor was haben wir da der der und der nehmen wir noch den hier ne so einmal prüfen wir können keinen Kredit aufnehmen obwohl wir letztes mal ähm ja wie soll ich sagen wir haben letztes mal ja äh extra einen Drescher gekauft und noch vieles vieles anderes gekauft aber es hat irgendwie trotzdem nichts gebracht dass äh wir das ganze in irgendeiner Art und Weise jetzt ähm ja wie soll ich sagen steigern können ok Rasen mähen kann ich auch noch nicht aber ich kann ja alles vorbereiten nochmal hier Rasenmäher an die Olga was ist das hin so dann komme ich euch jetzt helfen wo seid ihr denn warum ist denn da nur einer im Wald wo sind die andere auch im Wald achso da unten ist er aber im anderen Wald ne er ist im anderen Wald er ist einfach der andere Wald Profi ich weiß gar nicht was er da macht ich weiß auch gar nicht was er da macht andere schnüffel am Boden ich schnüffel an den Bäumen so was machen du da hinten in den anderen Wald Junge was machen du da hinten in den anderen Wald Junge Baubau 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 ich mag Züge So, dann nehmen wir den Baum hier mal weg, den Toba da irgendwie nicht wegkriegt. Warum? Ich bin jetzt gerade auch schon an Bäumen. Der braucht doch ein bisschen länger noch da. Ne, weil, wenn du dich daran erinnerst, wir haben ja doch letztes Mal da gestanden und ich habe gesagt, da liegt noch einer. Du hast gesagt, den kriegst du nicht abgehoben. Das war hier. Irgendwo hier ist der. Ja, da lag der. Vielleicht ist er jetzt wieder da durch den Server Neustadt und letztes Mal konnte ich da sogar durchfahren, ohne dass was passiert ist. Du konntest hier nicht greifen. Doch, er bewegt sich. Ja, das muss zumindest schon mal was. Hier liegt aber auch noch eine ganz dünne Tanne auf dem Boden. Rastrophe. Hier liegt überall Holz. Wer hat hier Holz gemacht? Ich dachte, wir sind endlich durch mit dem Holz. Lange nicht. Ne, was? Ich bin ja schon fast dafür, dass wir die Laubbäume einfach stehen lassen, ne? Ja, will ich auch eigentlich erstmal. Aber da hat er den schon geschnitten. Also da... Aber da sind immerhin tausend pro Baum, ne? Die sind alle gleich fertig. Das will ich sehen. Dann wirst du immer für Bäume hier jetzt eingestellt, wenn du die innerhalb von einer Minute alle weg hast. Ne, warte, warte, warte. Guck dir an. Kann ich dir nicht so hochgeben? Ah, doch, guck mal. Fäge mal. Hä? Einmal Profis, ja. Kühe haben wir im Stall. Alles cool. Kühe sind im Stall. Mö, Mö. Mö, Kuh. Ich will ne lila, ne? Mö, Mö. Ach, scheiße. Jetzt ist der wieder runtergefallen. Guck mal jetzt vielleicht, das ist ein Eilast hier. Liegt der da jetzt drauf? Ja, der liegt da jetzt drauf. Was haben wir denn hier? Han, wo hast du die denn her? Ja, aufs Wald. Aber nicht da drüben von unserer Feldseite. Hast du das Feld heiligen lassen? Ich bin, ich fahr nicht auf dem Feld. Soll ich hier einmal abnehmen? Er fährt nur in das Feld. Ne, 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 ne. Das macht jemand anders, aber der ist Gott sei Dank heute nicht da. Soll ich hier einmal abschneiden? Ja, mach mal. Futter ist auch drin. Ja, ja. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Stroh ist sogar auch drin. 20.000 Liter. Guck mal hier. Guck mal. Junge. Dem geht es richtig gut. Morgen früh 8 Uhr, 13.000 plus. Auf dem Tacho gar kein Problem. Haben wir unsere Ballenpresse drin. In Schala. Wobei ich hier sitze. Muss aber immer wieder nach Mission gucken. Mission, Mission, Mission. Ja, feinii. Ja, feinii. Ich bin da schon wieder mitgestrubt angefahren. Das war's. Aus dem Tacho. auch schon gestöbert ich bin hier voll profi mittlerweile ich mache alles gleichzeitig ich verlade bäume kucke angebote kucke kredite kucke tiere kucke kucke felder kucke was die gegner machen ich weiß einfach alles weiß dass er jannik da hinten gerade auf dem baum rumhüpft auch wenn ich ihn gar nicht sehe meine augen sind überall quasi tor das allsehende auge bäume verladen ist trotzdem noch schmutz hat sich nichts geändert hier den ding war jetzt einfach so da oben drauf und dann verkaufen wir das ding hier erstmal abfahrt hast du wenigstens schöne aussicht von da oben wundervoll heimdall ist heimdall da nee odin ist doch derjenige der mit alles sieht oder habe ich da nicht aufgepasst kenne mich da nicht aus ich bin ehrlich ich kenne mich da nicht aus heimdall sieht sowieso alles ja aber ich dachte odin sieht mit seinem eil sehenden auge auch alles er ist doch auch immer all wissen und weiß immer alles oder nicht nein mach doch nicht so was na gott sei dank wollte etwa den träger wieder schlafen legen nee der baum da hinten wollte das keine ahnung warum er will mich ärgern so der trigger und ich sind ja sowieso keine freunde so 13.000 zack bing 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 so ein ding ist das habe da mal eine frage zum roleplay der lona ist das reboot ich gebe mal einen tipp video beschreibung in der video beschreibung findet ihr meistens immer alle infos die ihr benötigt zu einem video nicht nur meins sondern auch allgegenwärtig alle youtube videos die so mal auf dem markt erscheinen oder später ich da und 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 Ach, Leute, ey. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das bemängelt habe schon mit dem L17, ne? Dass du hier eine Hydraulikzange benutzt, die so viel Griffkraft hat wie so ein Kleinkind, Alter. Das ist echt schlimm, oder? Das ist mega schlimm, ey. Oh, das hasse ich auch wie die Pest. Nimm den kleinen, Alter. Nein, ich möchte nicht. Oh, scheiße, ey. Jetzt liegt er da vorne drauf. Runter mit dir. Runter mit dir. Ja, gut. Es leckt. Das ist ja ein Leckum dran. Komm, roll rein. Sehr gut. Zack. Boah, das Endlasten müssen wir auch noch üben, Toba. So. Wie viele Bäume hast du da bei dir noch zum rausziehen? Äh, bis jetzt sehe ich nur noch ein. Okay. Und das noch ein ganz schöner Brummer. Das ist doch gut. Brummer bringt das Geld. Jetzt liegt er da schon wieder oben drauf. Ach, ich kann das einfach nicht mehr. Macht zu selten Hals. Ja, wenn ich den hier fertig habe, kann ich ja gerne verladen. Also ich habe hier hinten auch schon einiges liegen. Das kannst du auch, wenn du möchtest, den hier rausziehen, dann machen wir weiter. Der hat Mikado gespielt, Alter. Ja, nee. Also das kannst du gerne da hinten machen, das Mikado spielen. Das ist kein Problem mit dem Windel, dir geht das richtig gut. Hier wäre jetzt noch einer, der rausgezogen werden müsste, dann warst du das hier aufwürdig. Wie lange ist denn der, Bruder, Muskelos? Der ist aber ein bisschen zu lang. Und besser ist das. Wird mit dem neuen DLC besser. Hat euch eigentlich schon mal jemand gesagt, dass ihr am meisten Geld kriegt, wenn die Stämme ungefähr 8 Meter lang sind? Der Nächste, der das sagt und wir haben es getestet. Also, ja. Ist es nicht so? Nee. Also ich habe einen sogar das letzte Mal, wo wir es getestet haben, weil auch einer der Zuschauer das unbedingt auf Teufelkommen raus halt nicht einsehen wollte, das heißt halt nicht so ist. Habe ich einen sogar durch Zufall auf genau 8 Meter geschnitten und der hat genauso viel Geld gebracht wie ein so ein langer. Also, es hat gar keinen Unterschied gemacht. Außer der Unterschied ist, dass es halt noch länger gedauert hat, alles zu verladen. Ja gut, das ist dann natürlich klar, weil halt mehr Stücke raus. Es war wirklich so mal im LS19 definitiv, dass 8 Meter halt, weil der Skorpion auch 8 Meter max geschnitten hat. Und da haben 8 Meter Stücke halt wirklich das meiste Geld gebracht. Aber hier haben sie das irgendwie komplett außer Acht gelassen. Keine Ahnung warum. E-Liner Matrix hat irgendein Praktikant dran gearbeitet anscheinend oder so. Wie immer halt, ne? Die Praktikanten dann cancel. So, den hier noch drauf. So, den hier noch drauf. Ehh. Ne, irgendwer hat halt gemeint so von wegen, ja, ihr lasst euch da übelst viel Geld durch den Lappen gehen. Und dann haben wir uns halt die Blöße gegeben und das Ganze halt nochmal getesselt und einzeln die Bäume weggefahren und das hat einfach keinen Unterschied gemacht. Was denn? Wolltest du weitermachen? So, soll ich hier einmal weglegen? Wenn du möchtest, kann ich's gerne tun. Ackel dackel. Oh, guck mal, wir können hinten rechts den Reifen wechseln, der steht in der Luft. Wee. Du-du-dum-dum-dum. Hä? Ich hab's doch schon offen. Warum fällt der nicht? Oh, der liegt schon wieder oben drauf. Alle guten Dinge sind drei. achtober macht das schon ich habe damit gar nichts zu tun ich habe gar nichts gemacht ja wer macht noch handarbeit sicher ach du musst raus das zeug oder ein klemmer ein paar an er war ich bin dabei er soll ja genug ps unter der raube haben mir so ein paar stämme rauszuziehen ich habe hier mal so ein paar laubbäume für dich guck mal wie war das jetzt mit alt b oder wie ihr alt b shift b ist ja schlimm jungs und mädels ich danke euch auf jeden fall fürs einschalten schaut bei den anderen vorbei Däumchen raus abo raus und bis zur nächsten folge wenn ihr wissen wollt wie unsere weitere planung geht auf jeden fall wieder einschalten